Nächste Folge. Runter geht's. Oh ja. Viele Tote. Was sind das denn für Viecher und wieso waren die unter Wasser? Was bist du denn? Wo kommst du her? Achtung Stoß. Ich glaub das war der hier. Ich will ein Bonfire. Bonfire. Oh oh oh. Skeletor. Wo komm ich jetzt hier hin? Ach ich weiß nicht ob ich durch den Nebel will. Will ich das? Vom Ding sieht mir das schon wieder so nach Bosskampf aus. Und ich hab immer noch kein Bonfire. Verdammte Scheiße. Ich will ein Bonfire. Bonfire. Oh ja. Hm. Ist da? Ne da ist nur. Probier ich die hier mal zu pullen. Wo geht's denn da? Wow. Na Sighi. Was? Ist die falsche Richtung, Kollege. Hä? Was macht der? Ja. Ah. Äh. Okay. Hä? 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 Die haben ein ganz eigenartiges Verhalten. Na ja. Währends ihren Energieangriff kann man sehr gut ausweichen. Ah. Komm. Komische Viecher. Ah. Komm. Komische Viecher. Kommische Viecher. Hm. Äh. Ich will davon natürlich nicht 2 Pullen. Womöglich sind deren... Ah. Falsche Richtung. Hm, also irgendwie... Nein! Ah, sowohl... Fuck. Ja, sowohl dazu. Ach, shit. Naja, mein Vorteil ist jetzt natürlich, es ist schon kein Wasser mehr da. Das heißt möglicherweise... Ach, wo laufe ich denn hin? Möglicherweise funktioniert der erste Aufzug bereits. Dann kann ich schon mal runter und vielleicht ist das eine Abkürzung. Wer weiß. Entweder bin ich eiskalt an einem Montfire vorbeigelaufen, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Aber das muss ja normalerweise auch irgendwo sein, wo es relativ ruhig ist. Und bisher... Naja... Ja... ... 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 Vielleicht hätte ich doch durch den Schleier gehen sollen. Was steht da hinten? Wahrscheinlich seit Trümmern. Versuch's mit angreifen. Jo! Danke für den Tipp. Ah, jetzt könnte ich hier auch komplett runter. Besser nicht. Besser nicht. Ich halte mich jetzt hier schon wieder an dieser Einstelle viel zu lange auf. Meines Erachtens nach. Einmal weil ich auf echt dumme Arten und Weisen sterbe. Aber hey. Ja, jetzt funktioniert das ja auch. Einen Moment. Einmal hier den Raum clearn. Zack. Ruhe ist. Und runter. Ritter. Ihhh. Was ist das denn für ein Blob? Hallo Blob. Wow. Und hier ist noch so ein Ritter. Okay. Zack. NDS. Ich dachte, hier wäre ich schon mal gewesen. Ne, da ist... Ne, da ist... Hm? Hm? Das hier kenne ich überhaupt nicht. Aber da ist auf jeden Fall... Uh. Uh, oh, 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 oh. Oder geht's da rein, raus? Äh. Ich bin gerade etwas verwirrt, weil ich den Ort hier wirklich überhaupt nicht kenne. Ach, weißt du ja was? Scheiß, was drauf. Hm, 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 hm. Oh. Huhuhuhu. Was hat der denn? Ist das... Ist das... Hm. Huhuhu. Huhuhu. Könnte sein, dass wenn ich da durch diesen Schleier gehe... Da... Was könnte denn da auf der anderen Seite sein? Ja, klar. Leck mich doch am Arsch. Ahaaa. Lag ich also richtig? Mit meiner Vermutung. Es war eine Abkürzung. Ja, da komme ich so jetzt nicht dran. Da muss ich jetzt erst wieder hier so einen kleinen Drachen... killen. Oh nein, 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 Super! Denportieren, Feuerbahnschreien. Fuck! Ja, ich kann auf jeden Fall früher runter, aber dann kann ich mich da in der Gegend eher umsehen. Ist jetzt natürlich schade um die ganzen schönen Seelen, aber kann man nichts machen. Hm. Da kann man jetzt nichts machen. 51 Bewertungen? Wow. Hm. Also so einfach wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe, ist es doch nicht. Leider. Okay. Leider, Leider. Leider, Leider. Check Ms. Hei. fonctionnee altijd. Oh! Ja. Finally, Zack, die Geisterklinge. Oh, was? Oh, das Vieh taucht nur einmal da? Wow, okay. Die Typen sind aber auch Kinderkacke. Oh, fuck, was macht der? Was macht der? Was macht der? Was bin ich los? Oh, shit, okay. Ich lasse ich nie wieder an mich ran. Ein grauer Brocken. Euch lasse ich nie wieder an mich ran, Freunde. Hier, so. Oh, okay. Oh. Oh. Arschloch! Jetzt hätte ich hier doch ganz gerne mal ein Leuchtfeuer. Ich meine, jetzt wird es wirklich lächerlich. Ich bin sehr glücklich, dass wir hier noch ein Leuchtend kaufen sollen. Also sehen wir aus dem Fall hier, um für den K게 zu ihr Leben. Ich hoffe, ich bin sehr gut. Wenn ich hierVE, dann las ich Palen35-Schwander und ich bin sehr leicht. Ich sage, dass ich hier bei uns nicht bei uns und seit Jahren, ich bin sehr geredet! Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr gem Fraz. Ah, ich kann das Wasser also noch weiter ablassen. Okay. Nehme ich jetzt zumindest an, weil hier ist ja immer noch Wasser dran. Und wen hat der denn jetzt gekämpft? Und den hier? Was sollen die Kreise bedeuten? Ist das der Weg, den ich gehen muss? Ich weiß es nicht. Ah, wieder einer über den Brunnen eingepennt. Fauler Sack, du. Ah, ha, 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 ha. Und der nächste? Nee, oder? Jetzt bin ich ja einmal im Kreis gelaufen. Wisst ihr wat? Ach genau, hier bin ich ja. Ja. Okay. Die Seele hier hole ich mir aber mal wieder. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Schade, hätte ja auch was drin sein können. Ach, der hatte grauer Brocken. Geil. Okay, einen Moment, hier hinten war ja noch eine Leiter, eine Treppe, eine Treppe war es. Mal schauen, was ich hier oben noch so finde. Hm, sieht ja schlecht aus. Aha. Aber ich geh trotzdem erstmal hier unten einmal lang. Ich meine hier auf der anderen Seite, ja, hier war, nee, äh, Tränen? Ähm. Hä? Was soll das denn bedeuten? Hä? Du bist schön. nein riesengeloot ja geil 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 damit kann ich meine waffen noch weiter verbessern mein hier ist nochmal schlangen schwert wird dann erstmal auf plus 15 gebracht und wisst ihr warum weil ich es kann ok dann geht sie aber erst mal weiter erst mal ein kleiner schluck hab ich ihn wieso ist er denn schon tot hab ich ihn hier schon ach genau hier bin ich ja schon einmal im kreis gelaufen klar ja nochmal so oh 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 was oh komm fuck 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 ich hab oh shit mein wanderfluch ist vorbei ah ist das mies na los komm her wo bist du jetzt werde ich hier schon paranoid aha oh 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 Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, zum Ende erst nochmal explodieren, warum nicht? Kann man mal machen. Atmet die? Nein. Noch ein grauer Brocken, yay! Ganz ehrlich, ich tausche die grauen Brocken gegen ein Leuchtfeuer. Wie sieht's aus? Oh Mann. Was, Menschlichkeit? Schammler? Schammler? Wo ist denn Schammler? Sackgasse. Nein! Sach bloß. Das hier war der, der gesagt hat, Schameur. Achtung, Schameur. Äh, brauchst Menschlichkeit, ja. Das ist ja schön. Okay, in der nächsten Folge geh ich dann hier mal durch den Schleier. Mal schauen, was dann passiert. Auf geht's, ab geht's. Ab durch den Schleier. Oh, da geht's aber tief runter. Habe ich momentan eine andere Wahl. Versuch's mit Absprung? Nee, sicherlich nicht. Versuch's. Ah, Ring, 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 Ring. Jetzt brauche ich, glaube ich, den Ring, der, 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 nein. Ah, Bund des Artorias. Äh. Äh. Ach du Scheiße. Ah! Fuck, das ist jetzt schon der Endkampf? Okay. Was? Hä? Äh. Ja, ich würd... Ich möchte angreifen. Hallo? Oh. Wow. Ernsthaft? Und jetzt lande ich wieder hier? Ah, nee. Wisst ihr was? Ich schneide die Folgen zusammen. Ähm. Und schau gerade mal, ob es unten nicht irgendein Leuchtfeuer gibt. Verdammte Scheiße. Da muss doch irgendetwas gehen. ...